Aber jetzt gucke ich mir erstmal auf der Karte an, was ich alles übersehen habe. Ok, oben musste ich hin, da gibt es was zu lesen, da ist was rotes. Und da kommt von hinten irgendwer ran, oder von oben da ran. Aber hier gibt es bestimmt noch viel, hier auch Munition. Der war vorhin unten, ich weiß nicht wie. Oh. 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 Wo war jetzt noch die, äh, da drüben? Hier. Keine Ahnung, ob ich die Dinger aufkriege. Und da oben war noch was. Hier ist noch was Schön, dass mir das jetzt erst auffällt, dass sich da sowas dreht Da komme ich aber nicht so leicht rüber, ja? Okay, vielleicht muss ich ja erstmal weitergehen Oder ich sehe hier irgendeine Kletterwand Ich muss weitergehen Hast vergessen, E zu drücken Schwestern, machen wir unseren Freunden in neue Heimat, so angenehm wie wirklich Nee, nicht Fernzündung Wenn, dann Zielerfassungszeile verbessern Achso, habe ich schon Präzisionsbolzen könnte ich freischalten Aber ich würde eigentlich lieber das dann auch sparen Gut Nee, Quatsch, kam ja zu der Ähm Ja, komm, dann gib mir den Präzisionsbolzen Danke Und ich habe mich scheinbar abgewöhnt, ihn dafür zu boxen Das waren die vier Hier ist noch mal ein Ausblick für Peter Okay Da möchte ich aber hin Vielleicht mache ich das irgendwann mal Erstmal Wird er hier entfernt Schön Ich mache das zu oft, oder? Du bist noch nicht Ok, dafür brauche ich einen gelben Schlüssel, wenn ich das Ganze ziehe. Jetzt haben wir hier ja. Waffenpunkte erhalten. Kletterpunkte erhalten. Ach guck, da oben kann ich ja noch hin. Höllentote. Höllentote erhöhen Temposchaden und mir nahe Dämonen. Diese Dämonen waren unentwegt, bis das Höllentotum zerstört ist. Bewahre zerstörtes Tod und per nachgefangenen Blut aufzuheben. Oh, ich habe keine Taste. Oh nice. Oh nice. Oh nice. Das war's. Das war's. Das war's. Nochmal so ne Münze, das ist schön. Ja, steh ruhig auf, ich bin nicht so geil wie du glaubst. Okay, da hängen wir schon. Okay, dann gut. So seid ihr. Okay, ich hab wenig Munition. Achso, der ist das. So bist du jetzt offen? Egal. Egal. Schade ist, fehlgeschlagen aber... Ich kann hier auch mal starten und mir Munition sichern. Oh, ich hab den gelben Schlüssel. Ich wollte aber eigentlich weiterkämpfen. Okay, machen wir's halt nicht. Ist ja halt was für die Superhelden, die das machen. Und zu denen ich mich nicht sehen möchte. So, ich hab den gelben Schlüssel jetzt gefunden, oder? Ja. Die Erde ist der Schmelztiegel des Universums. Ah. Wähle eine Rune. Wildheit. Beziehe eine größere Entfernung. Äh. Äh. Schleuderzeit senken. Eigentlich hätte ich gerne die hier, wenn ich schon... was finde, aber ich weiß nicht, ob ich sie dazu werde. Und, ich guck kurz, äh... ...ehm... ...mastaturbelegung. Kettensäge. Chainsaw. Ja, Kettensäge. Gc. Waffe ich nicht kommen, dass es... Eine Wucht. Wo ist jetzt? Der Return. Okay. Ach. Okay, kurz zur Klarstellung. Ich hab die Orientierung komplett verloren. Hinter mir. Genau, da war die gelbe Tür. Ja. 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 Na, na. Das ist eine Geschirr, die sie da einfach haben. Ja. Ja. Jetzt. Da. Ja. No. No. Noeren. Noeren. Si everybody strangelyken. Das war's. Ja, ich kann Steuerung. Ich wünschte, ich hätte früher weitergespielt, aber ich kam was dazwischen und alles und aufgeholzt. Ich wünschte, ich wünsche dir die Ich wünschte, ich wünsche dir die Oh mein Gott. Das war's. 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 Das war's.